Die Laudatio von Barbara Unglüssig. Herzlich Willkommen. Ich habe so viel Forschungslorbeeren und nach einer so humorigen Rede nun zur Laudatio. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich begrüßen, liebe Geburtstagsgäste. Ich möchte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Medico International ganz herzlich willkommen heißen. Lieber Thomas, danke, dass du mir die Aufgabe gegeben hast, heute die Laudatio zu sprechen. Erst einmal herzlichen Glückwunsch euch allen zum 50. Geburtstag. Dieser Dank, diese Glückwünsche gelten alle, die für Medico arbeiten und gearbeitet haben, Medico unterstützt und begleitet haben. Happy Birthday! Ja, es ist etwas Besonderes, dass eine linksemanzipatorische Organisation wie Medico International 50 Jahre alt wird. Ich werde sicherlich die ein oder andere Phase berühren, wo es auch sicherlich schwierig war in diesen 50 Jahren. Und ich möchte mich bedanken dafür, dass ich hier eine von den Gastrednerinnen, Festrednerinnen sein darf. Inmitten all der Krisen, in einer aus den Fugen geratenen Welt, braucht es eine mutige Akteurin mit politischem Kompass und Weitblick wie Medico mehr denn je. 50 Jahre Medico International stehen für 50 Jahre Solidarität mit den Chancenlosen, den Ausgeschlossenen, den Opfern von Krieg und Gewalt und für 50 Jahre Solidarität mit denen, die widerständig sind, mit denjenigen, die sich einmischen gegen Krieg, Unrecht, Ungleichheit und sich einsetzen für Menschenrechte, für soziale, kulturelle, wirtschaftliche und politische Rechte. Medico steht für ein radikal anderes Verständnis von Hilfe und Partnerschaft. Und Medico war eine der Pionierinnen, die sich früh global vernetzt haben und die kluge Kombination gewählt haben, lokal konkrete Hilfe zu leisten und gleichzeitig sich vor der eigenen Haustür und international mit kräftigen Nein gegen Missstände einzumischen. 50 Jahre Medico heißen aber auch, Brüche und Widersprüche auszuhalten, sich trennen von Personen und Partnern, die die Vision und die Idee von Menschenrechten und Befreiungshilfe, wofür Medico steht, nicht oder nicht mehr teilen wollten. 50 Jahre Medico bedeuten der Vereinnahmung durch den politischen Mainstream zu widerstehen und, das finde ich ganz besonders bei Medico, auch demütig, immer wieder die eigene politische Reichweite und Rolle, die sie spielen, im Hilfsgeschäft zu reflektieren. All das macht Medico für mich aus. All das macht Medico zu einer Ausnahmeerscheinung am bunten und vielfältigen Deutschen wie internationalen NGO-Himmel. Und für mich ist es eine Erfolgsgeschichte, die hinter dieser Organisation, die 50 Jahre alt wird, in diesem Mai steht. Zum ersten Mal lief mir Medico als Studentin des Otto-Sur-Instituts und als Praktikantin der Aktion Dritte Welt und den Blättern des IZ3W in Freiburg über den Weg. Das war Ende der 70er Jahre. Mich hat damals sehr die nationale und internationale Gesundheitsbewegung interessiert und auch fasziniert, die mit alternativen Gesundheitskongressen und Gesundheitstagen für eine selbstbestimmte und emanzipatorische Gesundheitspolitik, für eine andere ganzheitliche medizinische Ausbildung gestritten hat. Und Medico war sehr früh und in Deutschland aktiv auch, so wie das in Italien und anderswo war, Teil der Antipsychiatriebewegung. Mich hat diese Überlegung, dieser Gedanken von Befreiung, gerade auch der psychiatrisch Kranken, sehr fasziniert. Und überall, wer sich damals in Deutschland mit dem Thema beschäftigte, ist auf Medico gestoßen oder auch auf die Zeitschrift Dr. Mabuse. Es war ein Aufbruch. Medico war ein wesentlicher und ist bis heute ein wesentlicher Akteur der Gesundheitsbewegung, auch wenn, und das bedauere ich, diese Gesundheitsbewegung an Kraft und Dynamik verloren hat. Medico bleibt am Ball, versteht sich als Teil dieser internationalen Gesundheitsbewegung, wie ich finde, mehr denn je notwendig, wenn eben Bill Gates und andere versuchen, die Geschichte und die Strategie der WHO zu bestreiten und wir vor allem mit einer extremen Ökonomisierung der Gesundheitspolitik konfrontiert sind. Medico wird gebraucht als Akteur dieser globalen Gesundheitsbewegung. Ende der 70er Jahre, da war Medico schon zehn Jahre alt und hatte seine Phase als reine Hilfsorganisation, als Nothilfeorganisation, die Hilfsgüter nach Biafra, nach Vietnam in den Sahel, nach Angola oder Madagaskar lieferte und deutsche Ärzte in Kurzeinsätzen entsandte hinter sich. Ich finde es großartig und bemerkenswert, wie früh Medico vor allem die politischen Dimensionen und die strukturellen Ursachen von Hunger, Unterdrückung, Ausbeutung und Krieg in den Vordergrund rückte und darauf pochte, dass Antworten politisch sein müssen und strukturell diese Mechanismen der Unterdrückung überwunden werden. Medico begriff früh Hilfe als Befreiungshilfe. Solidarischer Beistand allein genügte nicht und an Symptomen herumdoktern schon gar nicht. Wie verortet sich konkret die Hilfe, wenn gleichzeitig ungerechte Machtstrukturen überwunden werden sollen? Das ist und bleibt die Grundsatzfrage Medicos. Es ist der rote Faden durch die fünf Jahrzehnte eures Engagements für Befreiung, Emanzipation und für grundlegend andere und verbesserte Lebensverhältnisse. Antworten auf diese Fragen habt ihr immer wieder geliefert. Sei es, indem ihr verschiedenste Befreiungsbewegungen und Organisationen unterstützt habt, vom palästinensischen Roten Halbmond bis zur Frelimo in Angola und natürlich die Unterstützung der Befreiungsbewegungen in Zentralamerika, allen voran Nicaragua. Eine ganzheitliche und demokratische Gesundheitsversorgung, die Prävention ins Zentrum stellt, die die Ausbildung einheimischer Ärzte und Krankenhelfer und Pflegerinnen in den Vordergrund stellt, das war und ist das Ziel von Medico. Und Medico hat lange vor allen anderen der psychosozialen Arbeit mit den Traumatisierten des Krieges und der Folter einen sehr großen Stellenwert eingeräumt. Soziale, kulturelle, politische Rechte erstreiten, Menschen ihre Würde zurückgeben, sie von Opfern zu Subjekten und Gestalterinnen ihrer Zukunft zu machen, das treibt Medico und die Vielzahl eurer Partnerinnen in den Philippinen, in Kurdistan, in Guatemala oder Mali an und ist radikal etwas anderes als pure Nothilfe. Ich möchte euch danken für euren Einsatz, für all diejenigen, die in diesen Ländern, ich habe nur einige genannt, von eurer Hilfe profitieren und vor allem von euren Gedanken der Befreiungshilfe. So sehr Veränderungen zu Hause und lokal beginnen müssen, so war euch bei Medico sehr früh klar, dass das alleine nicht genügt. Das Lokale macht nur dann Sinn und einen nachhaltigen Unterschied, wenn gleichzeitig die strukturellen, globalen Verursacher für Ungleichheit und Unrecht zur Rechenschaft gezogen werden. Da war es nur konsequent, sich mit der Dominanz und Macht der Pharma-Multis anzulegen. Mit Geschäfte mit der Armut, eurem sehr wichtigen Buch Anfang der 80er Jahre, habt ihr den Großen und Mächtigen der Pharma-Multis den Kampf angesagt. Hilfe für Kurdistan, die Unterstützung kurdischer Flüchtlinge, habt ihr ebenso konsequent mit schärfster Kritik an den deutschen Firmen, den Händlern des Todes verknüpft, weil diese die Anlagen zur Produktion international geächteter Chemiewaffen an das Regime Saddam Hussein geliefert hatten. Die 80er und 90er Jahre, auch für mich persönlich, waren die Jahre des globalen Aufbruchs. Es bildeten sich überall erste größere und wirkungsmächtige transnationale unabhängige Netzwerke heraus. Medico mittendrin. Die neoliberale Globalisierung mit ihren sozialen und ökologischen Folgen brauchte Widerstand, Gegengewicht und Alternativen. Strategien und Konzepte mussten mehr und mehr nicht nur lokal, sondern eben auch auf globaler Ebene ansetzen. Und viele Akteurinnen, gemeinsam mit euch, Frauen, Umweltbewegungen, auch die internationale Gesundheitsbewegung, hegten die Hoffnung, dass die Vereinten Nationen bei der Lösung globaler Probleme eine wichtige Instanz gerade auch der supranationalen Rechtsetzung sein könnte. Ja, es war eine Hoffnung, was heute und wie hilflos und ratlos die UNO heute dasteht, ist ein anderes Kapitel, da kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Damals aber, vor allem auch in den 80er Jahren, war die Hoffnung, dass die UNO diese Rolle übernimmt, ja nicht ganz unberichtigt. Schließlich war es die Weltgesundheitsorganisation, die dank entsprechender Kampagnen und Advocacy-Arbeit gerade auch von Medico den zivilgesellschaftlichen Slogan der 70er Jahre Gesundheit für alle in die Primary Healthcare Strategie umgemünzt hat. Das war ein echter Erfolg, auch von Medico, weil zum ersten Mal internationale Gesundheitspolitik in den Kontext sozialer Gerechtigkeit und demokratischer Teilhabe gestellt wurde. Und zudem wurde anerkannt, dass es vor allem auch außermedizinische Faktoren sind, die krank oder eben gesund machen. Das gab Auftrieb bei Medico für internationale Vernetzung und Mobilisierung und für Medico für diese gezielte Bündelung emanzipatorischer Kräfte als Co-Gründerin der internationalen Kampagne zum Verbot von Landminen 1997 erst zum internationalen Abkommen zum Verbot von Antipersonenminen und das hat keine deutsche Organisation vor euch geschafft zum Friedensnobelpreis für diese Kampagne, deren treibende Kraft Medico international war. Was für ein Erfolg! Was für ein Erfolg, liebe Medicos! Das war Bestätigung und ein mächtiger Zuwachs an Glaubwürdigkeit und Motivation fürs Weitermachen in dieser so entscheidenden Mischung, die Medico charakterisiert, lokale Praxis mit transnationalen Bündnissen und vor allem auch mit Öffentlichkeiten, internationalen Öffentlichkeiten zu kombinieren. Ich denke, wer die Größe Medicos kennt, heute ungefähr 45 Mitarbeiterinnen, der weiß, was das für ein Kraftakt war, sich so in dieser internationalen Kampagne in einer so zentralen Rolle zu engagieren. Ihr habt diese Kampagne in vielfältigen Dimensionen professionell bedient, erst recht dafür, dass ihr eine so kleine Organisation seid bis heute. Meine Hochachtung für das, was ihr da erreicht habt. Ohne Partnerinnen, das ist zentral auch die Philosophie von Medico, ohne Bündnisse und ohne transnationale Öffentlichkeiten lassen sich eben keine emanzipatorischen und politischen Veränderungen erzielen. Nur vor sich hin werkeln und Gutes tun, reicht eben nicht. Das, wie wir wirken mit diesen Netzwerken, das wissen auch die politischen und ökonomischen Eliten, die ihre Privilegien und ihre Macht vielerorts und buchstäblich bis aufs Messer verteidigen und Partnerinnen und Kritikerinnen diffamieren, einschüchtern und mit einer Vielzahl von Repressalien drangsalieren und ausschalten wollen. Davon weiß Medico sehr viel, auch wir in der Heinrich-Böll-Stiftung mit unseren Partnern weltweit. Und ich freue mich, dass wir hier auch als Heinrich-Böll-Stiftung und Medico mehr und mehr genau zu diesem Thema, wie setzen wir diesen kompletten Einengen und diesem Mundtotmachen der Zivilgesellschaft eigentlich etwas gegenüber. Ich danke euch für diese sehr gute Kooperation, auch in dieser Hinsicht. Konsequente Menschenrechtsarbeit, ja, das ist mehr und mehr das Markenzeichen von Medico geworden. Sich nicht instrumentalisieren lassen, sich nicht in Doppelstandards hineinziehen lassen. Das ist es, was ihr erfolgreich geschafft habt. Zu dieser Glaubwürdigkeit, sich nicht instrumentalisieren zu lassen, sich nicht in die Debatte um die Relativierung der Menschenrechte hineinziehen zu lassen, zu dieser Glaubwürdigkeit gehört, sich auch vom ein oder anderen Partner zu distanzieren, den Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Das gilt für Organisationen, das habt ihr getan, ob sie Swapu heißen, das gilt auch für Akteure der Hamas, der israelischen Regierung oder auch unserem heutigen Alleinherrscher Ortega in Nicaragua. 50 Jahre, das ist ein langer Weg, der viele Versuchungen und schwierige Entscheidungen mit sich gebracht hat, indem er auch einige Widersprüche zu bewältigen hatte. Eine besonders schwierige Phase war für euch, als die rot-grüne Regierung die ersten Ideen zum Konzept der vernetzten Sicherheit auch eine Organisation wie Medico schmackhaft machen wollte. Thomas Gebauer sagte mir im Gespräch über das, wie er sich damals gefühlt hat, als die ganzen Avancen der rot-grünen Regierung an Medico herangetragen wurden, Zitat, ich halte das nicht mehr aus. Claudia Roth, sie war damals nicht Regierungsmitglied, aber eine, die sich wenigstens auch noch mit Medico unter anderem auch auf unserer gemeinsamen Konferenz Hilfe und Ohnmacht auseinandergesetzt hat. Claudia Roth habe ich gefragt, was sie an Medico besonders schätzt. Hier ihre Antwort, Zitat, Medico war immer anders, viel politischer als viele andere humanitäre Organisationen, stets darauf konzentriert, vor lauter kurzfristigen Notwendigkeiten die Wurzeln der vielen Probleme und die strukturellen Reformen nicht aus dem Auge zu verlieren. Das hat nicht zuletzt und unter und innerhalb der rot-grünen Regierung für Auseinandersetzungen gesorgt. Damals wie heute sage ich, gut so, Zitat Ende. Ja, sie hat recht. Nein sagen ist einfacher gesagt als getan und Medico hat eben den Versuchungen, sich einbinden zu lassen, sich instrumentalisieren zu lassen, auch von Regierungspolitik und Regierungsstrategie, immer widerstanden. Das muss man schaffen. Kooptation ist die schlimmste Falle, in die kritische und emanzipatorische Organisationen und NGOs tappen können, erst recht, wenn sie Staatsknäde bekommen. Sie endet im Verlust von Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit. Es ist eine schwierige Aufgabe für eine Organisation wie Medico, die ihre Gelder für die Nothilfe tatsächlich ja auch aus dem Bundeshaushalt bezieht, immer wieder sich die Frage vorzulegen, wie die Balance halten zwischen der Forderung nach radikalen Reformen, nach radikalen Veränderungen, nötigen Bündnissen, auch mit dem Mainstream und den vielen staatlichen Einbindungsversuchen. Diese schwierige Spagat, diese Balance, diese Gratwanderung auszutesten und auszuhalten, diese Spagat wird euch auch die nächsten 50 Jahre erhalten bleiben. Was tun, wenn wie Thomas Gebauer schreibt, Zitat, immer mehr Philanthropapitalisten, Industriestiftungen und Unternehmen ziehen aufs Feld der Hilfe und dort, wo der Pragmatismus der Hilfsorganisationen die Hilfe auf die technische Bereitstellung von Hilfsgütern reduziert? Was tun, fragt er. Was tun, wenn Hilfsorganisationen immer mehr als sozialer Airbag missbraucht werden, ohne dass sich im Kern an den ungerechten Strukturen etwas verändert? Wie sich wehren, wenn Hilfsorganisationen bei den sicherheitspolitischen und flüchtlingspolitischen Abschottungsstrategien der Regierungen fest eingeplant werden? Ihr, liebe Medikos, habt diesen Vereinnahmungsversuchen in den Balkankriegen, in Afghanistan und wo immer es geht, widerstanden. Und ihr kennt auch die Antwort auf diese Fragen. Lieber Vorstand, liebe Mitarbeitenden von Mediko, lieber Thomas, ich wünsche mir, ich habe zwar nicht Geburtstag, aber ich kann mir ja trotzdem was wünschen, macht weiter mit eurer Idee der Befreiungshilfe, bleibt Stachel im Fleisch des globalen Hilfsbusiness, schmiedet Bündnisse gegen den humanitär-industriellen Komplex. Das 21. Jahrhundert braucht mehr denn je unsere Solidarität, eure Solidarität und zwar auch jenseits von Hilfe. Widersetzt euch der Vereinnahmung und den Embedded-Strategien des sicherheitspolitischen Mainstream. Politische, finanzielle, intellektuelle Unabhängigkeit, das ist eure wichtigste Währung und sie wird es hoffentlich auch die nächsten Jahrzehnte bleiben. Sie ist sehr viel wert in dieser durcheffizienzierten und ökonomisierten Welt. Dass heute so viele mit euch feiern, das ist auch das Verdienst von unglaublich vielen Menschen, von unglaublich vielen Partnerinnen und Partnern, die euch begleitet haben in den letzten Jahren. Die Kontinuität des kritischen Geistes, den Medico für mich charakterisiert, die Fähigkeit zur Selbstreflexion, das hat für mich sehr stark mit einer Person zu tun, mit Thomas Gebauer. Lieber Thomas, deine philosophischen, theoretischen Denkanstöße, deine Intellektualität, deine Kraft, Widersprüche zu benennen, auszuhalten und auch zu managen, den Mitarbeitenden, auch den Revolutionäreren unter euch, Spielräume zu lassen, das zeugt von großer Souveränität und persönlicher Integrität. Du bist Kopf, Herz und Seele dieser Organisation. Sie hat tolle Mitarbeiterinnen, weil all das, was zur Erfolgsgeschichte Medicos beigetragen hat, ist immer eine Teamleistung. Aber ich glaube, dass du ein ganz, ganz, wo bist du eigentlich hier? Da, hallo. Das ist wirklich großartig, was du da geleistet hast mit deinen Leuten und noch leisten wirst. Medico steht vor einer neuen Epoche. Du wirst ja auch in deiner Rolle als Geschäftsführer gehen, aber in die Stiftung überwechseln. Ich wünsche mir sehr, dass Medico mit diesen 50 Jahren im Rücken diese Wende, die dieser Weggang von Thomas bedeuten wird, gut überstehen wird, gut bewältigen wird. 50 Jahre sind noch lange nicht genug. Mehr von euch. Wir brauchen euch. Und wir alle machen mit. Dankeschön und herzlichen Glückwunsch. Applaus Applaus